Unter der Woche zwei Securities. Habe ich schon hundertmal gesagt. Nerv mich nicht, okay? Bis später, ciao. Gott, Kirchiger. Können wir bitte zu dem Schubel fahren? Ich muss mich für den Typen entschuldigen. Ich meine, dass ich meine Reingehörner war, war schon blöd genug, aber der Typ ist halt auch noch unschuldig. Ja, lass uns. Lass uns irgendwie einen Teddy für den kaufen, das du gesagt hast, steht auf so einem Schuss. Alles gut? Nee, ich meine, wenn das nicht der Rüdiger war, wer stalkt mich dann, Mann? Ich meine, mir fällt auch nur mehr ein. Wer sollte sonst sowas tun? Lea sitzt in der Klapse und wird wahrscheinlich den ganzen Tag betreut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Dennis späte Rache für die ganze Scheiße, weil er sieht, dass wir glücklich sind, dass der Kurze klarkommt, bla bla bla, dass er denkt, jetzt bin ich bockig. Schatz, ich war jahrelang mit Dennis zusammen. Der baut so eine Scheiße nicht. Der hat viel Scheiße gebaut, aber sowas wird er nicht tun. Und bei dem ganzen Scheiß, den ich mit mir im Knast und sonstige Scheiße veran- Was ist denn jetzt los? Wer ist das? Weiß ich nicht. Können wir gleich sehen. Namen der Kowalski, Polizei. Dürfen wir mal vielleicht reinkommen? Wir müssen ein Schuhdenken hier am Flur erraten. Was gibt es denn? Können wir sprechen hier? Ja, das ist meine Freundin. Alles gut. Und zwar gegen sie liegt eine Strafanzeige wegen einer schweren Körperverletzung vor. Schädigter ist dann ein Schwurbel. Wir sind da was. Wir können uns eventuell auf die Dienstle begleiten. Geht so? Geht so, oder? Nein, ich brauche keine Entschuldigung, alles gut. Okay, probieren wir mal. Darf ich Schuhe? Natürlich, klar. Kann ich mitkommen? Wir können gerne mit dem Privat-Pkw hinterher fahren. Okay. Ich schätze, es gibt dann noch alle Sachen. Ich nehme alles mit. Alles gut. Bis gleich. Bis gleich. An mir später. Ja. Ist schon scheiße mit der Anzeige, aber verdient habe ich sie. Viel mehr Sorgen, weil ich mir hatte um diesen scheiß Stalker. Der läuft hier frei rum und melert einfach nur Angst.